Oh, schläft sie. Wie ein Baby. Gut, Entschuldigung. Ich hab das ganze Zeug eingeräumt, das wir gekauft haben. Oh, danke. Mit den Coupons von dir haben wir eine Menge Geld gespart. Richtig, das bleibt aber unter uns. Ich will nicht, dass das jemand erfährt. Gut. Sieh sie dir an. Willst du sie ins Bettchen legen, damit du dich ausruhen kannst? Nein, will ich nicht. Wieso nicht? Ich kann nicht. Ich kann sie nicht loslassen. Ich, ich hab sie so vermisst. Ich dachte, es wäre in Ordnung, so wie es ist. Das ist nicht rational, ich weiß, aber ich meine, sie sieht ihr an. Sie hat mir einfach so gefehlt. Vielleicht bist du einfach zu früh wieder arbeiten gegangen, weil es dir mehr Zeit nehmen soll, naja, für dich und... Nein, nein, ich kann nicht. Ich werde gebraucht. Weißt du, was ich tue, tue ich jetzt doch für sie. Sie soll wissen, dass das, was ich tue, wichtig ist. Ich weiß. Und nur weil etwas schwierig ist, bedeutet das nicht, dass ich es nicht tun sollte. Du weißt, du weißt doch, ich bin für dich da und für sie, klar. Wir lassen die Sache ganz ruhig angehen. Gut. Ich werde sie ins Labor schmuggeln. Jeden Tag. Du bist eine gute Mutter. Ist sie nicht eine gute Wami? Weck sie nicht auf. Ich werde sie nicht auf. Ich mache sie nicht auf. Untertitelung des ZDF, 2020